so schönen guten morgen liebe freunde hier ist wieder kaulak erleben heute sind wir mal an so einen strandabschnitt in der nähe von white sand beach galt ist ein bisschen kleiner geheimtipp noch ich habe es schon gesehen uns gefällt es hier sehr gut ich nehme euch einmal mit jetzt der weg ist halt ein bisschen beschwerlicher und hier haben wir dann den eingangsbereich und dann nehme ich euch einfach mal mit also uns gefällt es hier sehr gut ich glaube die besitzerin oder die eigentümerinnen hier von dieser anlage und was wir so sehen hat uns auch schon ganz nett und freundlich angesprochen wir haben schon liegen ohne dusche gibt es hier sehr gut wer möchte kann sich massieren lassen essen und trinken was hab ich hab was sie wie sie so und hier kommen wir dann zum meer noch nicht viel los ja sieht man so richtig toll aus hier alles richtig gemacht klasse hier kann man sich wohlfühlen hier raus halt links raus geht es Richtung white sand beach ja ist das herrlich perfekt für einen richtig perfekten tag so wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen einrichten und dann vielleicht bis später wir sehen uns wir sehen uns mal ein drücken schon sehr cool hier so und hier noch einmal ein ausblick wo wir uns jetzt befinden einfach nur genial ist doch so wirklich nur so ein kleiner geheimtipp so wie es aussieht es wird doch nicht über übermäßig voll sein hier und wir werden jetzt anfangen diesen tag heute hier zu genießen ich glaube ich trinke mir sogar gleich am frühen morgen schon das erste Chang ja ich weiß immer dieses frühe trinken ich mach das aber auch nicht immer eigentlich trinke ich ja kein alkohol außer und ich denke das halt im Urlaub bleibt also wir machen uns jetzt eine schöne Zeit bis später ciao ciao